Meditation Sahasrara Verankert in sich selbst, über sich hinaus wachsen. Komm in eine angenehme Sitzhaltung. Leg die Hände in den Schoß, die linke Handfläche in die rechte. Atme durch die Nase ein und aus. Stell die Handflächen auf und wende diese zum Körper. Die Mittelfinger berühren sich. Führe die Hände mit der Einatmung entlang der Körpermitte bis zum Augenbrauenzentrum. Öffne die Arme auf Schulterhöhe, wobei die Handflächen nach oben weisen. Mit der Ausatmung bring die Hände zurück zum Augenbrauenzentrum und lasse diese entlang der Körpermitte nach unten sinken in den Schoß. Möchtest du die Qualität über dich hinaus zu wachsen ausbauen? Dann richte den Fokus auf die Einatmung. Und halte, wenn möglich, den Atem nach der Einatmung kurz innen. Ist dein Wunsch, dich mehr auf das Leben und die Beziehung zu anderen einzulassen? Setze den Fokus auf die Ausatmung. Wenn möglich, halte den Ausatmung für einige Momente an. Oder hast du das Gefühl, keines der beiden Ausprägungen verstärken zu wollen, sondern in Balance zu bringen? Nimm Aus- und Einatmung gleichmäßig wahr. Wähle deine Meditation. Und dann sei für einige Minuten in Stille. Wenn möglich, dein Wunsch, dich mehr auf die Beziehung zu arbeiten. Untertitelung des ZDF, 2020